Uiuiui, die zweite Folge von House of the Dragon hat Standards gesetzt oder übertört sozusagen, die ich wirklich so früh nicht erwartet hätte. Die gesamte Serie ist bisher viel schnelllebiger als Game of Thrones und bisher zumindest funktioniert es, finde ich. Es ist zwar nicht immer ein Meisterwerk, nicht jede Folge ist ein Meisterwerk. Das war natürlich auch bei Game of Thrones schon so. Aber hier in Folge 2, da gibt es Sachen, die sind wirklich gut, also wirklich sehr, sehr gut. Das ist top qualitative Unterhaltung dieses Mal. Das bleibt es auch hoffentlich für den Rest der Staffel. Da soll ja noch so einiges Nettes kommen. Aber gut, ich fange mal an. Wir befinden uns direkt nach der Ermordung von Jaehaerys im Roten Bergfried erneut. Er wird durchsucht, es werden alle verhört und Aegon kriegt, naja, berechtigterweise einen ziemlich harten Wutanfall. Und im Nebenzimmer zerstört er Viserys Modell von Valyria, was schon so ein bisschen traurig ist. Ich mochte das eigentlich immer. Und Alicent und ihr Vater Otto, nun sie sind der Ansicht, dass, natürlich, sie wissen, die Schwarten sind verantwortlich. Und nun Alicent ist so ein wenig in Denial sozusagen. Sie glaubt, die Sieben würden sie für ihre Sünden strafen. Otto weiß natürlich erstmal nicht, von welchen Sünden sie spricht. Wir hingegen schon. Und ja, das ist durchaus eine Möglichkeit, wie man sie für ihre Sünden strafen kann. Interessant finde ich, dass es für sie hier so stark um ihre Tochter zu gehen scheint. Obwohl wir dahingehend noch nie so die wirklich starke mütterliche Zuneigung von ihr zu Helena gesehen haben. Aber möglicherweise fühlt sie einfach als Mutter mit Helena mit. Insofern kann ich das schon irgendwo verstehen. Es wird natürlich sofort ein kleiner Rat einberufen, in dem das Ganze diskutiert wird. Und Aegon schiebt immer noch ein Temper-Tantrum, einen Wutanfall und was weiß ich noch nicht alles. Der Kerninhalt dieser Szene im kleinen Rat ist allerdings, dass Otto Hohenturm einen Trauerzug abhalten will für das gestorbene Kind. Er will damit Sympathiepunkte beim einfachen Volk ergeiern und natürlich auch bei den Lords, die davon mitbekommen sollen. Und Rhaenyra soll damit angeschuldigt werden, den Mord an diesem Kind begangen zu haben. Was sie ja indirekt auch hat, nur ist das eben noch nicht sicher. Und da will man eben das einfache Volk und auch Alicent und Helena mit hineinziehen, weil die beiden sollen daran teilnehmen. Das Ganze wird kurz noch von Larys Kraft unterbrochen, der angibt, dass er Blut gefangen genommen hat. Also diesen Stadtwächter, Stadtwachen, Typen. Und Aegon freut sich natürlich sehr darüber. Alicent hilft Otto natürlich, Aegon davon zu überzeugen, dass dieser Trauermarsch stattfinden soll. Sie rechnet, glaube ich, bis vor kurzem selbst allerdings nicht damit, dass sie an diesem Trauermarsch teilnehmen muss, weil die Leute müssen ja die zwei sanftesten Seelen des Reiches um dieses Kind trauern sehen. So zumindest nach Otto. Und wenn es einen Charakter in dieser Serie gibt, der mir wirklich extrem leid tut, dann ist es Helena. Man muss sich mal überlegen, dieser Charakter ist grundlegend krank. Die lebt total in ihrer eigenen Realität. Sie ist vollkommen entfernt von allem. Also auch vom gemeinen Volk. Man merkt es ja in ihrer Reaktion. Sie weiß mit dem gemeinen Volk gar nichts anzufangen. Sie will nicht, dass sie ihnen nahe sind und so weiter. Und sie ist halt, sie ist nicht nur psychisch krank, sie hat ja auch noch diese, sie hat ja auch noch diese Drachenträume, diese Visionen, wie auch immer. Und mir tut sie einfach so unfassbar leid, weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ihre Kinder so eine der wenigen Sachen waren, die sie in ihrer Realität, also in der richtigen Realität noch gehalten haben. Und es ist einfach ultra schade, das alles so zu sehen. Und ja, da kann man nur mitfühlen, finde ich, zumindest für Helena. Aber auch sie muss an dieser Trauerzeremonie teilnehmen und das wird sie auch, denn die beginnt in der nächsten Szene auch schon. In diesem Trauerzug wird auf eine Art und Weise, die sehr an Game of Thrones erinnert, mit dieser Shame-Glocke geht ein Priester voran, der einen Stab hält und ständig die Worte wiederholt, seht das Werk von Rhaenyra Targaryen oder besäht das Werk, falsche Anwärterin auf dem Thron, besäht das Werk von Rhaenyra der Grausamen, Schlechteren der Unschuldigen, manchmal auch mit Schänderin der Unschuldigen ausgetauscht. Und das ist heftig. Also es sorgt nicht nur dafür, dass Rhaenyra denunziert wird, sondern auch, dass, sagen wir mal, sie den Rückhalt verliert. So ist egal, ob diese Anschuldigungen stimmen oder nicht, diese Volksinszenierung seitens der Grünen ist sehr stark. Man merkt ja sogar auch, dass sie bereits das Targaryen-Banner mit Grün ausgetauscht haben. Und das ist ein sehr mächtiges Symbol, auch in der Bildsprache. Das ist wirklich, wirklich stark. Entsprechend hat es die Wirkung, aber es ist natürlich auch sehr schwierig, das Ganze für Helena auszuhalten. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass sie während dieser, also wo da der Wagen in der Szene stecken bleibt, dass sie da eine Panikattacke bekommt. Ich meine, ich habe jetzt selbst noch nie eine Panikattacke erlitten, aber auch schon oft genug von außen miterlebt, wie sowas aussieht. Und deswegen, es hat mich so ein bisschen daran erinnert, aber nehmt mich da nicht beim Wort, bin immerhin kein Psychologe. Hat sich nur so angefühlt. Und während dieser Trauerzug durch Königsmund fährt, ist Laris Kraft in den Zellen des Roten Bergfriges und verhört dort Blut, was er so erfolgreich macht, dass Blut einfach sofort alles ausplaudert, bevor Laris überhaupt irgendwas machen muss. Aber nichtsdestotrotz hat der König noch eine Rechnung offen mit dem Stadtwächter. Und er, ja, tötet ihn in der Zelle mit so einer Art Streitkolben, Zeremonienstreitkolben, wie auch immer. Das, so viel dazu, das war eine sehr kurze Karriere als bestechlicher Stadtwächter oder Goldrock. Und im Schwarzen Rat, welcher recht anschließend wieder tagt, zeigt sich bereits, dass die Propaganda der Grünen große Wirkung hat. Denn selbst Rhaenyras eigene Leute glauben mittlerweile, dass sie diesen Angriff befahl. Was ja faktisch auch stimmt, denn Rhaenyra merkt bereits während des Gesprächs, dass Dämon an dieser ganzen Sache beteiligt war, ihr Ehemann. Und sie ist natürlich nicht erfreut darüber. Dementsprechend gibt es ein langes und wirklich schauspielerisch sehr gutes Gespräch zwischen Rhaenyra und Dämon. Es geht dabei um ihr Vertrauen zueinander und was Dämon glaubt zu verloren, verloren zu haben, wem eigentlich seine Treue gilt, sich selbst oder Rhaenyra. Und im Prinzip endet es damit, dass Dämon mehrfach seine Treue bekundet, aber es eben schwierig hat, damit, sagen wir mal, Anordnungen von Rhaenyra zu folgen. Und dementsprechend stürmt er hinaus und versucht, seinen eigenen Weg zu finden. Auftritt Bela Targaryen, welcher ja die Verlobte oder schon Ehefrau von Jacaerys Velaryon ist. Und sie soll nach Rhaenyras Befehl mit ihrem Drachen Mondtänzerin nach Königsmund fliegen, um dort Ausschau zu halten und die Schwarzen auszuspähen. Dabei soll sie natürlich sehr vorsichtig sein und vor allem hochfliegen. Dämon tut Ähnliches. Er fliegt mit Charaxis Richtung Harrenhal vermutlich. Da bin ich mal gespannt, wie sie das hier umgesetzt haben, weil Harrenhal war ja in Game of Thrones schon immer eine sehr große Kulisse. Ich bin gespannt, wie es hier aussieht. Und Helena und Aegon begegnen sich ebenfalls auf einer Treppe im Roten Bergfried nach dem Trauerzug. Und es muss das erste Mal nach Jacaerys Tod sein, weil, naja, sie haben sich nicht viel zu sagen. Und Aegon geht quasi einfach an ihr vorbei, als wäre sie Luft. Ich fand es interessant, dass Helena quasi so für sich noch so eine Art Okay, du hast mir also nichts zu sagen, Kopfbewegung macht. Also sie schließt quasi mit sich innerlich noch mal so ab, okay, ich bin ihm wirklich egal. Und dann geht sie vermutlich in ihr Gemach, um weiter zu trauern, was ich durchaus verstehen kann. Christian Kraut, der ja, sagen wir mal, ein sehr narrativ zur Schande gestellter Charakter in dieser Serie ist, er gibt vor Alicent an, dass es für seine Taten keinerlei Absolution gäbe und dass er die Taten durchaus irgendwo bereuen würde. Aber er lässt diesen heuchlerischen Frust in der nächsten Szene an einem anderen Königsgardisten aus, nämlich an Ser Arek. Und diesen möchte er dann mehr oder weniger durch sein Schuldgefühl, seine Pflicht nicht erfüllt zu haben, dazu zwingen, Rhaenyra auf Drachenstein zu töten. Und er ist sehr manipulativ in dieser Szene und möchte hier ihm Königsuntreue unterstellen und was weiß ich nicht alles, so von wegen tu, was ich sage oder ich melde dich beim König. Und der König vertraut mir, weißt du. Das ist halt schwierig für ihn, deswegen muss er nach Drachenstein und sich eventuell seinem eigenen Bruder stellen. Das sehen wir aber später noch. Es gibt eine kurze Zwischenszene, in der Bela und Jaceris ein doch sehr nettes und auch irgendwie süßes Gespräch über ihre Väter haben. Und auch das, naja, so eine Szene muss auch mal sein, gerade zwischen zwei Charakteren, die in der Story miteinander verlobt sind. Das ist auch irgendwo wichtig. Das Ähnliches gibt es für Aemond, nur bei ihm ist es nicht seine Verlobte, sondern eine Bordellbesitzerin, bei der er sich, nun, bei der er ihr Leid klagt. Er liegt bei ihr an, wie als würde ihm mütterliche Liebe fehlen, was ja auch eigentlich stimmt. Er hat ja von Alicent kaum welche erhalten. Ich finde es interessant, dass er sich die bei einer anderen Frau dann quasi besorgt. Und er spricht darüber, wie ihm der Vorfall mit Luke wirklich leidtut und er das Ganze bereut. Und allerdings spricht er auch davon, dass er sich irgendwo von Daemon respektiert fühlt, dafür, dass er ihn umbringen wollte. Wobei ich mich frage, wie kann er das wissen? Wie kann er wissen, dass er das Ziel dieses Anschlags von Daemon war? Ich meine, klar, es liegt auf der Hand, dass man nach ihm getrachtet hat, aber letztendlich, dadurch, dass Jaehaerys getötet wurde, hätte man ja theoretisch davon ausgehen können, dass, naja, es hätte jeder sein können. Deswegen, das Mut maßt so ein bisschen und basiert auf starken Indizien, aber immer noch auf Indizien. Und wir sehen mal wieder einen, ja, POV-Shot des einfachen Volkes in Game of Thrones, vertreten durch den Schmied Hugo Hammer. Der hat einen Namen, weil er später in dieser Serie noch wichtig werden wird. Inwiefern, sage ich aber noch nicht. Es wird vor allem darüber gesprochen, dass die Blockade der Velaryons in Königsmund für große wirtschaftliche Schäden und Inflation gesorgt hat und die Leute horten, was sie können. Das macht die wirtschaftliche Lage für Leute wie Hugo Hammer und sein Kind, das krank ist, nicht gerade vorteilhaft. Aber man schlägt sich irgendwie durch. Einer weiteren Szene des mehr oder weniger gemeinen Volkes, und zwar zu allen, dem Bootsmann von Corlys Velaryon und seinem scheinbar Bruder Adam. Und die beiden werden ebenso gezeigt, weil sie natürlich noch wichtig werden und weswegen, das sehen wir später noch. Und anschließend quatschen Rhaenys und Rhaenys, 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 Velaryon, beziehungsweise Rhaenys Targaryen, die Ante, wenn ich mich nicht täusche, die, oder Großtante von Rhaenyra und Corlys Velaryon ein wenig über Dämons Einstellung zu seiner Königin und Gattin. Ich persönlich muss sagen, ich fand dieses Gespräch ein bisschen unnötig, also, weil im Prinzip sehen wir nur, was wir bereits wissen über Dämon und Rhaenyra, von wegen, dass Dämon ihren Befehlen nicht mehr folgen möchte und dass er seine Krone, also seinen Anspruch übergangen fühlt und so weiter, das sehen wir im Prinzip nur aus einer anderen Perspektive. Ich kann verstehen, dass man es so ein bisschen kontrastieren möchte, im Sinne zu Rhaenis, die damit abgeschlossen hat, dass sie die Krone nicht mehr bekommt und dass sie zu weit in der Rangfolge nach hinten gefallen ist und halt Dämon, der dem Ganzen wirklich halt irgendwie noch nachtrauert, aber ich fand es trotzdem irgendwie ein bisschen seltsam, diese Szene drin zu haben, weil sie halt, wie gesagt, sie stellt dasselbe dar, was wir bereits gesehen haben und wir wissen ja bereits, dass Rhaenis dem Ganzen nicht so stark nachtrauert wie Dämon, das wissen wir ja seit Staffel 1. Aber gut, sei es drum, es ist trotzdem eine angenehme Szene. Wir wechseln wieder nach Drachenstein, wo Rhaenyra Mysaria bittet, sich vor ihr vorzustellen und ihr zu sagen, wer sie ist und das kennen wir ja schon, sie erzählt ihr ähnliches, was sie Dämon schon gesagt hat, von wegen sie hat von dem Fernbleib von Aegon profitiert, von einer Unvermeidlichkeit und so weiter, was sie mit Otto Hohenturm Geschäfte gemacht hat. Der Unterschied an der ganzen Sache ist, dass Rhaenyra sie ein wenig mehr für voll nimmt, wahrscheinlich, weil sie selbst eine Frau ist und dementsprechend und ähnliche Erfahrungen mit Dämon hat, wie Mysaria das bereits hatte und nun ja, sie möchte ihr gegenüber ein bisschen mehr Gnade zeigen, wie es aussieht, auch wenn sie nicht alle ihre Fragen beantwortet und das war es dann auch zu dieser Szene schon. Wir wechseln dann zu einem kurzen Shot von Adam, der am Strand von Driftmark, schätze ich mal, Krabben und Muscheln sammeln geht und er sieht am Himmel einen Drachen fliegen. Wir haben jetzt drei Möglichkeiten, um welche Drachen es sich hier handeln könnte. Es könnte sich um Mondtänzerin handeln von Bela, die Richtung Königsmund fliegt. Das ist, glaube ich, soweit ich das verstanden habe, im Fandom auch eine geläufige Theorie. Es könnte sich auch um Seerauch handeln, den Drachen von Länor Velaryon, welcher ja ebenfalls reiterlos ist, weil Länor ja weg ist und Seerauch wäre ja noch ein Drache, der einen Reiter gebrauchen könnte. Es könnte allerdings auch einer dieser Drachen sein, die sozusagen wild sind und in den Bergen um Königsmund und die Gurgel herumfliegen, da könnte es sich um den Drachen mit dem Namen Graugeist handeln. Da gibt es drei Stück von, aber ich denke, diese drei wilden Drachen, die werden entweder in dieser Staffel oder in der Serie generell auch noch ins Spotlight kommen. Deswegen werde ich über die auch mal nicht zu viele Worte verlieren. Ich halte tatsächlich Seerauch für am wahrscheinlichsten, aber Mondtänzerin kann natürlich auch sein, weil ich glaube, Mondtänzerin sah ein bisschen anders aus als Seerauch. Dieses Drachen-Modell sieht schon sehr nach Seerauch aus. Meanwhile hat Aegon alle Rattenfänger im Roten Bergfried hingerichtet, darunter auch den, der seinen Sohn getötet hat, nämlich Käse. Und Otto Hohenturm ist darüber zu Recht zornig und Riz Iphens, also der Schauspieler von Otto Hohenturm, legt in der Szene, wo er Aegon zusammenfaltet, wirklich grandioses Schauspiel hin. Die Szene an sich dient allerdings nur dazu, seinen Frust auszudrücken und darüber, wie vorschnell er Aegon handeln sieht und dazu, dass er als Hand des Königs entlassen wird, ein Posten, der dann auf Christon Kraut übergeht. Man muss dazu sagen, im Buch ist es tatsächlich zu der Zeit längst so, dass Christon Kraut Hand des Königs ist. Ich kann verstehen, warum sie es hier in der Serie ein bisschen hinausgezögert haben, weil sie die Rolle von Christon Kraut ja generell ein bisschen verändert haben, dementsprechend musste man das ein bisschen abändern, aber nichtsdestotrotz finde ich es gut, dass diese Szene dazu hinleitet und es zeigt auch so die Impulsivität von Aegon, weil es einen sehr großen Geschmack davon hat, dass er den Titel der Hand des Königs einfach an den Nächstbesten geben würde, Hauptsache ist es nicht mehr Otto, der Typ, der ihm die ganze Zeit nicht zustimmt und das wird wahrscheinlich noch große Konsequenzen haben, wie es Otto höchstwahrscheinlich, also wie es Otto ja auch selber sagt. Anschließend wird Miseria auf den Befehl von Rhaenyra Targaryen aus dem Gefängnis entlassen, weil ihr Dämon ja das Wort dafür gegeben hatte und sie verlässt schnurstracks Drachenstein, wobei sie allerdings den infiltrierenden Arek Kagel aufdeckt, den Zwilling von Eric Kagel, das ist im Deutschen ein bisschen leichter sich zu merken. Ihr fällt halt auf, dass er auf dem Schiff Richtung Drachenstein ist, obwohl er gerade noch mit ihr in der Zelle war und es wird impliziert, dass sie die Wachen auch davon aufmerksam macht. Arek schafft es zwar in die Burg hinein und dringt auch bis zu Rhaenyra vor tatsächlich. Er schleicht sich sozusagen in ihr Schlafgemach und nun ja, es kommt, wie es kommen musste. Es entbrennt einen Kampf zwischen ihm und seinem Zwillingsbruder. Der Kampf ist an sich sehr gut choreografiert, finde ich. Ich finde, man hätte mehr davon zeigen können in größeren Gesamtkamera-Einstellungen. Aber was mir gefällt, die Schnitte während des Kampfes, welche, die, sagen wir mal, sie sorgen dafür, dass man nicht so leicht weiß, wer es jetzt wäre. Man kann sich grundsätzlich merken, der, der versucht, Rhaenyra zu töten, ist Arek. Und das geht dann aber irgendwann in eine Richtung, wo man wirklich gar nicht mehr herausfinden kann, wer wer ist, weil beide auch ähnliche Verletzungen erhalten. Und es läuft dann daraus hinaus, dass einer den anderen tötet und der andere sich danach selbst umbringt. Und es mag diese Ambiguität, sage ich mal, dieses Unwissen darüber, wer hat jetzt wen getötet, wer bringt sich jetzt hier für seinen Bruder um, weil das zeigt nur, dass die beiden wirklich, wie Arek vorher zu Christon Kraut sagte, eine Seele in zwei Körpern sind. Der eine kann nicht ohne den anderen existieren. Und sie haben beide sozusagen ihr Leben für eine Sache geopfert, die sie gar nicht wirklich groß betroffen hat. Und damit beide so ein wenig ihre Ehre als Königsgardisten wiederhergestellt. Und egal, welcher von beiden sich jetzt in sein Schwert gestürzt hat, der wird auf jeden Fall nun ja, verewigt werden. Es liegt nah, dass es Arek ist, aber ich mag die Ambiguität dahinter, dass man es eben nicht genau weiß. Und ich habe auch gesehen von wegen, es muss Arek sein, hier, er sagt, euer Gnaden und so weiter, vergebt mir. Aber ganz ehrlich, das ist so ein schwaches Argument, wenn wir mal ehrlich sind, weil ich glaube, selbst ein Arek, also der, der sie umbringen wollte, würde aus Höflichkeit allein schon euer Gnaden zu ihr sagen, weil er sich halt in das Ganze nicht mehr einbringen möchte. Also das finde ich keinen Sinn. Es könnten beide sein, das ist ja das Schöne da dran. Und auch wenn das definitiv der Höhepunkt der Folge ist, endet diese damit, dass Otto seine Sachen packt und nach Alsace, also Oldtown, da wo der Hohenturm steht, abreisen möchte. Und er gibt hier einen interessanten Namenshinweis, nämlich auf Alicens vierten Sohn, Daeron Targaryen, den jüngsten Bruder von Aegon dem Zweiten und den möchte er sozusagen jetzt, wo er nach Alsace zurückkehrt, in diese ganzen Dinge involvieren. Und ich bin gespannt, wie dieser Junge aussehen wird und wie seine Rolle in dem Ganzen sein wird. Im Buch ist sie nämlich nicht gerade von kleiner Bedeutung und vor allem, wie sein Drache aussieht, bin ich interessant, bin ich interessiert, weil er hatte, glaube ich, das war, glaube ich, so ein Kobalt-Blauer Drache, das wird auch mal interessant zu sehen, weil Blau ist unter den Drachen aktuell deutlich unterrepräsentiert. Und die Folge endet dann schließlich damit, dass Otto zu Alicent sagt, dass ihr ihre Sünden, ihre sexuellen Eskapaden egal sind und er das nicht hören möchte und Alicent sich im Prinzip kurz danach direkt in genau eine solche Eskapade wieder begibt und damit schön ihrer Heuchlerei den nächsten, ja, den nächsten Dämpfer verpasst und noch einen draufsetzt, sozusagen. Und damit endet die Folge. Mir ist gerade aufgefallen, dass ich kein spoilerfreies Segment gemacht habe, das ist schade, aber gut, da habe ich jetzt im Eifer des Skripts nicht dran gedacht. Ich stehe ein bisschen unter Eile, wo ich das hier aufnehme, deswegen seht's mir nach, ich versuche das bei der nächsten Folgenbesprechung wieder zu machen. Aber ja, es ist eine wirklich sehr gute Folge gewesen, vor allem das Schauspiel von den einzelnen Darstellern ist sehr überzeugend gewesen, der Kargel Bowl, wie man ihn ja nennt, der war auch interessant, das war ja auch eine der wenigen, ich sag mal, Action-Szenen in der Folge und es ist auf jeden Fall ein guter Trendsetter für den Rest und sagen wir mal so, jetzt, wo es insgesamt, wo es einen Attentatsversuch auf beide Seiten gab, ist es unvermeidbar, dass der Krieg jetzt wirklich eskaliert und jetzt geht es wirklich los, Dämon ist unterwegs nach Harenhall, es geht jetzt los, die Kriegstrommel wird gerührt und ich bin mal gespannt, was wir in der nächsten Folge alles so für wahnsinnige Eskapaden und vielleicht auch schon den ersten Drachenkampf oder den ersten Einsatz von Drachen, den ersten Drachenkampf vielleicht übertrieben sehen werden. Ich bin gespannt und ich hoffe, ihr seid es auch. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Auf Wiederschauen. Zusehen